Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux, mein Pool Wir bieten eine Augmented Reality App an, die haben wir das erste Mal in unserem Weihnachtskatalog eingesetzt. Wir haben hier den Katalog, wo man dann eine Klappe hat, die man öffnen kann und da finden Sie dann einen QR-Code, wo Sie die App runterladen können. Und immer innerhalb des Kataloges gibt es Produkte, die gekennzeichnet sind, die Sie dann eben mit dieser App bespielen können. Das heißt, ich kann als potenzieller Kunde mir das Ganze dreidimensional vor Augen führen. Genau, ich werde Ihnen das mal vorführen. Wir haben hier also die App, die wird runtergeladen. Die baut sich kurz auf, geht also sehr schnell. Und jetzt drücke ich auf OK, schlage die Seite auf mit dem Artikel, der dafür in Frage kommt. Halt es drauf und schon habe ich den Artikel dreidimensional. Und wenn ich den Katalog bewege, dann kann ich also den Artikel von allen Seiten sehen. Cool. Und der nächste Schritt, den wir gegangen sind, ist dann Virtual Reality. Das sehen Sie hier mit unserem Iglo. Sie sehen im Hintergrund den Kollegen, der da gerade mal das erlebt. Wir haben eine VR-Brille und in dieser VR-Brille haben wir den ersten virtuellen Duo-Flyer geschaffen. Das heißt, der Endverbraucher geht in eine Duo-Welt, kann die Produkte virtuell sich angucken und kann dann als Highlight noch in den Geschäften bei Duo Schreib und Spiel ein Spiel spielen. Das macht er jetzt gerade, deswegen tanzt er so ein bisschen. Er hat da zwei Laserschwerter und zerschlägt Kisten, die auf ihn zukommen. Und für jede zerschlagene Kiste bekommt er einen Punkt. Und am Ende hat er dann einen Gesamtsalt an Punkten und dafür kriegt er dann im Geschäft einen kleinen Preis. Das setzen wir ein für zum Beispiel Neueröffnungen oder für Straßenfeste, damit der Fachhändler von heute als moderner Händler eben auch beim Endverbraucher rüberkommt. Cool. Sie wissen, was ich jetzt tun muss, oder? Sie können das gleich ausprobieren. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyeux. Mein Pool.